Wie man einen Kuchen bacht. Schritt 1. Kaufen Sie eine Backmischung aus dem Laden. Ich mache keinen Kuchen von Grund auf selber. Schritt 2. Vermixen Sie in einer Schüssel die Backzutaten. Mehl, Eier, Butter und Milch. Anschließend verrühren Sie es. Schritt 3. Geben Sie den Teig in eine Backform. Stellen Sie die Backform in den Backofen. Warten Sie 20 Minuten. Schritt 4. Schauen Sie mal Ihren schönen blauen Kuchen an. Wie schmeckt er? Es schmeckt wie naturales Blau. Ende